Das Sondereinsatzkommando klingelt um 11.43 Uhr an der Tür. Der Restalkohol hat mich so im Griff, dass ich erst nach dem dritten Klingeln reagiere. Mit verklebten Augen in Boxershorts öffne ich die Tür. Ein Faustschlag trifft mich mitten ins Gesicht, lässt mich in den Flur taumeln und zu Boden gehen. Ich bekomme das Bein eines Stuhls zu fassen und versuche damit auf die Eindringlinge einzuschlagen. Vergebens. Breitbeinig steht eine Gestalt in grünem Overall über mir, entreißt mir den Stuhl und schreit mich an. Jetzt erst erkenne ich die Aufschrift Polizei auf seinem Helm und dass er eine Maschinenpistole auf mich gerichtet hat. Schöne Waffe. Heckler und Koch MP5, da habe ich auch schon mitgeballert, geht es mir durch den Kopf. Ich muss lachen. Die Situation ist so skurril, dass ich nur an heute Abend denken kann und das wird mir keiner glauben. Ich habe auf jeden Fall die beste Story auf der Party heute Abend. Die anderen werden Augen machen. Blut läuft aus meiner Nase, geschätzte acht Leute in Uniform stehen um mich herum und brüllen gegen mein Grinsen an. Ich habe keine Angst. Es ist nicht das erste Mal, dass mir jemand eine Waffe an den Kopf hält und die hier ist nicht mal vollautomatisch. Außerdem bin ich mir sicher, dass der Typ nicht abdrücken wird. Das war beim letzten Mal anders. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich habe nichts getan. Die Scheißbullen sind auf jeden Fall in der falschen Wohnung. Es gibt keinen akuten Grund, warum das SEK meine Bude stürmen sollte. Jedenfalls fällt mir keiner ein. Mir fällt aber auch nicht ein, wie ich gestern nach Hause gekommen bin. Verdammt! Die Wohnung wird immer voller, das Gebrüll etwas weniger. Irgendwer soll irgendwelche Hunde reinholen und sich den Keller vornehmen. Zwei Bullen helfen mir unsanft auf die Beine, drücken mich an den Makrameeteppich, der neben der Tür an der Wand hängt und von meiner Mutter eigenhändig geknotet wurde. Meine Arme werden auf dem Rücken von den beiden Jungs fixiert und die Kabelbinder an meinen Handgelenken flüstern mir jetzt schon ins Ohr, dass die Blutzufuhr für meine Hände nun in ihrem Ermessen liegt. Die Situation wird ernster. Ich fühle Kälte und Ohnmacht, werde geschubst und festgehalten, getreten und vornüber gebeugt. Das Grinsen ist weg. Jetzt geht es durch das Treppenhaus nach unten, schnell und ruppig. Ich erwische nur jede dritte Stufe. Das Tempo geben Toto und Harry vor, oder wie immer die beiden noch heißen mögen, die sich unter meinen Achseln eingehakt haben. Vor der Tür des Mietshauses werden sie etwas langsamer und buxieren mich durch den Türrahmen ins Freie. Obwohl sie meinen Kopf fest nach unten drücken, kann ich sehen, was vor unserem Haus los ist. Entlang der Straße stehen etliche Polizeiwagen und grüne Minners, Einsatzwagen und Feuerwehr. Aus den Kanaldeckeln ragen Beamten Oberkörper mit Scharfschützengewehren hervor. Das gesamte Haus ist umstellt von maskierten Typen mit Maschinenpistolen. Auf der anderen Straßenseite steht die komplette Nachbarschaft im Halbkreis und schüttelt kollektiv den Kopf. Einige applaudieren, als ich zum Streifenwagen geführt werde. Sie sind sichtlich erleichtert, mich endlich loszuwerden. Ich würde ihnen gerne zurufen, dass ich morgen wieder da bin und ihnen für den Applaus die Schädel einschlagen werde. Aber dessen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Die Tür des grün-weißen VW Passats schließt sich hinter mir und die Szenerie der Heimatentwurzelung verpisst sich durch die Heckscheibe, bis sie nicht mehr sichtbar ist. Meine Hände schwellen durch den Blutstau an und ich bemerke dieses eigenartige Gefühl, das sich langsam in meinen Bauch schleicht, mir sagt, dass es zurecht dort ist und bleiben wird, bis mir eingefallen ist, warum ich es verdient habe, mich gerade jetzt genau so zu fühlen. Es dämmert mir. Undeutlich, aber ich erinnere mich. Der Kaffee auf der Wache schmeckt beschissen. Ich mag keinen Kaffee, bekomme aber trotzdem einen, als ich um ein Wasser bitte. Fragen zur Person beantworte ich schnell und ohne nachzudenken, Fragen zu gestern Abend nur zögernd. Die Polizeiwache ist sehr alt und ich kenne hier fast jeden Verhörraum. Seit Jahren bin ich regelmäßig in Polizeigewahrsam, in PG. An die 20 Verfahren, alles dabei. Nötigung, Raub, Körperverletzung, Erpressung, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Körperverletzung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, unerlaubter Waffenbesitz, Fußballgewalt, Stadionverbot, Körperverletzung, Androhung einer Straftat, Vortäuschung einer Straftat, Körperverletzung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, Körperverletzung, Ich habe Scheiße gebaut. Richtig große Scheiße. Dass das hier mein Leben verändern wird, das ist mir jetzt klar. In welchem Ausmaß und wie genau, weiß ich nicht, aber es wird sich verändern. Ab jetzt. Was habe ich getan? Was zum Teufel habe ich getan? Gestern Nacht und eigentlich mein ganzes Leben. Was war das bis jetzt überhaupt für ein Leben? Was war das bis jetzt?